Hallo und herzlich willkommen zum Scratch Screencast Registrierung. Wie der Titel schon verrät, beschäftigen wir uns mit der Registrierung bei Scratch. Die Vorteile der Registrierung sind, dass man auch speichern kann. Das heißt, man kann auch ohne Registrierung arbeiten, aber dann ist es nicht möglich, die Arbeit zu speichern. Dann legen wir mal los. Hier oben in der obersten Leiste ist der Button Scratcher werden. Einfach anklicken und es taucht bereits das Popup-Fenster auf. Wähle einen Scratch-Benutzernamen. Es steht bereits der Hinweis vom Scratch-Team, nicht den echten Namen zu benutzen. Ein Kennwort. Am besten ist es, einen Satz zu nehmen mit Groß- und Kleinbuchstaben und ein paar Sonderzeichen drin, den man sich dann auch noch merken kann. Einmal wiederholen. Hoffen, dass man sich nicht vertippt hat und weiter. Geburtsmonat und Geburtsjahr angeben. Das Geschlecht, das ist alles für Statistik-Zwecke. Das Land ist auch für die Spracheinstellungen. Schon geht es weiter. Die E-Mail-Adresse angeben. Hier kann man auch eine Newsletter erhalten. Und weiter geht's. Jetzt kann man schon beginnen zu scratchen. Allerdings muss man die E-Mail-Adresse noch bestätigen. Innerhalb weniger Minuten ist die Bestätigungs-E-Mail da. Und hier kann ich meine E-Mail-Adresse schon bestätigen. Und wenn ich den Bestätigungs-Link anklicke, bin ich auf dieser Seite gelandet. Hier sieht man meinen Usernamen. Da kommen Mitteilungen. Hier sind dann später meine Sachen zu finden. Und da kann ich einfach anfangen. Ich empfehle, entweder gleich zu beginnen. Das machen wir im nächsten Scratch-Screencast. Oder einige Einstiegsprojekte ausprobieren. Oder sich einfach mal umzuschauen. Hier kann man nach persönlichen Interessen filtern. Hier wäre zum Beispiel ein Projekt mit Kunst. Einfach auf die grüne Flagge. Und hier kann man gleich loslegen. Wenn man nicht mehr möchte, auf das Stop-Schild klicken. Und wenn man sich anschauen möchte, wie dieses Spiel programmiert wurde, kann man hier hineinschauen. Das war's auch schon. So funktioniert die Registrierung. Ich wünsche viel Spaß beim Durchschauen oder auch schon beim Ausprobieren. Wenn Sie, bevor Sie starten, noch Informationen über die Blöcke erhalten möchten, dann klicken Sie einfach auf unseren nächsten Screencast, bei dem wir die Blöcke kurz erklären werden. Bis zum nächsten Mal!